29. Die Entschlossene Von nun an eigneten sich die stehenden Furchen zwischen Tamas Brauen noch eine dritte Bedeutung zu. Nicht nur vom Zorn über ihre Schönheit sprachen sie und von suchender Anstrengung, sondern auch von Entschlossenheit. Hier sei es erhärtet. Tamar war fest entschlossen, sich, koste es was es wolle, mithilfe ihres Weibtums in die Geschichte der Welt einzuschalten. So ehrgeizig war sie. In diesem unerschütterlichen und, wie alle Unerschütterlichkeit etwas Finsteres hat, fast finsteren Entschluss war ihre geistliche Strebsamkeit eingemündet. Belehrung wird in gewissen Naturen sofort zum Wollen. Ja, solche Naturen gehen wohl nur auf Belehrung aus, um ihr Wollen damit zu speisen und ihm ein Ziel zu geben. Tamar hatte über die Welt und ihre Zielstrebigkeit nur belehrt zu werden brauchen, um zu dem unbedingten Entschluss zu gelangen, ihr Weibtum mit dieser Zielstrebigkeit zu verbinden und weltgeschichtlich zu werden. Wohl verstanden in der Geschichte der Welt steht jeder. Man braucht nur in die Welt geboren zu sein, um so oder so und schlecht und recht durch sein bisschen Lebensgang zur Gänze des Weltprozesses sein Schärflein beizutragen. Die meisten aber wimmeln peripherisch, weit ab, seit ab, unkundes Hauptgeschehens und ohne Anteil an ihm, bescheiden und im Grunde froh, nicht zu seinem erlauchten Personal zu gehören. Tamar verachtete diese. Kaum war sie belehrt, so wollte sie, oder richtiger, sie hatte Belehrung genommen, um zu erfahren, was sie wollte und nicht wollte. Sie wollte nicht abseits wimmeln. Recht auf die Bahn wollte dies Landmädchen sich bringen, die Bahn der Verheißung. Von der Familie wollte sie sein, sich einschalten mit ihrem Schoß in die Geschlechterreihe, die in die Zeiten führte zum Heil. Sie war das Weib, und Verkündigung war ihrem Samen geworden. Eine Vormutter Schilos wollte sie sein. Nichts mehr und nichts weniger. Fest standen die Falten zwischen ihren samtenen Brauen. Schon drei Bedeutungen hatten sie. Es konnte nicht fehlen, dass sie noch eine vierte annahmen. Diejenige zornig, neidvoller Geringschätzung für Schuas Tochter, das Weib Jehudas. Dieser Trulle, die auf der Bahn war und an ihrem erlauchten Platze, so ohne Verdienst und Wissen und Willen, denn Wissen und Willen rechnete Tamer als Verdienst, dieser in der Geschichtlichkeit gewürdigten Null also, wollte sie nicht im geringsten Wohl, sondern hasste sie, ganz ohne es vor sich selbst zu verbergen, aufs Weiblichste, und hätte ihr, wiederum ohne es sich selbst zu verhehlen, den Tod gewünscht, wenn das noch Sinn gehabt hätte. Es hatte aber keinen, weil jene dem Judah ja schon drei Söhne erbracht hatte, so dass sie diesen allen dreien den Tod hätte wünschen müssen, damit die Lage hergestellt und wirklich der Platz für sie freigemacht sei, an der Seite des Erben. Als solchen liebte sie Judah und begehrte sein. Nein, es war die Liebe des Ehrgeizes. Nie hat wohl, oder hatte bis dahin, ein Weib einen Mann, so gar nicht um seiner selbst willen, vielmehr so ganz um einer Idee willen geliebt und begehrt, wie Tamer den Judah. Es war eine neue Liebesgründung, zum ersten Mal gab es das, die Liebe, die nicht aus dem Fleische kommt, sondern aus dem Gedanken, so dass man sie wohl dämonisch nennen mochte, so gut wie die Unruhe, die Tamer selbst der Mannheit erweckte, ohne Fleischesform. Sie hätte ihr Astartisch teil, dem sie sonst zürnte, wohl gern und willentlich spielen lassen, zu Judah hinüber, und kannte ihn viel zu gut als Knecht der Herrin, um nicht des Sieges gewiss zu sein. Aber es war zu spät, was ja immer heißt, zu spät in der Zeit. Sie war zu spät dran, war fehl am Zeitort mit ihrer Ehrgeizliebe. An dieser Stelle der Kette konnte sie sich nicht mehr einschalten und sich nicht wohl auf die Bahn bringen. Sie musste daher einen Schritt vorwärts oder hinabtun in der Zeit und den Generationen, musste selbst die Generation wechseln und ihr zielstrebiges Begehren dorthin richten, wo sie Mutter hätte sein wollen, was gedanklich nicht schwer war, da Mutter und Geliebte immer eines gewesen waren, in höherer Sphäre. Kurzum, von Judah, dem Erbsohn, musste sie ihr Augenmerk auf seine Söhne, die Erbenkel richten, denen sie fast den Tod gewünscht hätte, um sie selbst, und zwar besser, hervorzubringen. Auf den Ältesten den Knaben er selbstverständlich zuerst und allein, denn er war der Erbe. Ihre persönliche Stellung in der Zeit ermöglichte ihr das Hinabsteigen recht wohl. Sie wäre für Judah nicht viel zu jung gewesen und war für er nicht gar zu alt, dennoch tat sie den Schritt nicht gern. Die Anstößigkeit dieser Generation, ihre kränkliche, wenn auch nette Verderbtheit, ließ sie zögern, ihn zu tun, aber ihr Ehrgeiz wusste sich zu helfen, er musste wohl, sie wäre sonst sehr unzufrieden mit ihm gewesen. Er sagte ihr, dass die Verheißung nicht immer verheißungsvolle oder auch nur geheure Wege zu gehen brauche, dass sie ohne zu verkümmern viel zweideutig Minderwertiges und selbst Verworfenes durchlaufen mag und dass aus Krankem nicht immer Krankes kommen muss, sondern ein geprüftes und aufgearbeitetes Leben daraus hervorgehen und weiterhin seinen Weg zum Heil nehmen kann, besonders wenn ihm die aufachtende Kraft einer Entschlossenheit dabei zu Hilfe kommt, wie Tamasi ihr Eigen nannte. Auch waren die Judasprossen ja eben nur abgeartete Männer. Auf das Weib aber kam es an, und darauf, dass das Rechte just hier am schwächsten Punkte sich einschaltete. Dem Schoße des Weibes galt die erste Verheißung, was lag an den Männern. Um nun jedoch ihr Ziel zu erreichen, musste sie wieder hinaufsteigen in der Zeit bis ins dritte Glied. Anders war es nicht zu machen. Zwar ließ sie ihr astartisches Spielen gegen den jungen Menschen, aber die Rückwirkung war kindisch und lasterhaft. Er wollte nur scherzen mit ihr, und als sie dagegen die Finsternis ihrer Brauen setzte, fiel er ab und war des Ernstes nicht fähig. Sich hinter Judah zu stecken, weiter hinauf, hinderte sie ein Zartgefühl, denn er war es gewesen, den sie eigentlich begehrt hatte oder begehrt hätte, und wenn er das auch nicht wusste, so wusste doch sie es und schämte sich, von ihm den Sohn zu begehren, den sie ihm hätte gebären wollen. Darum steckte sie sich hinter Jakob, das siebten Haupt, ihren Lehrer, und hinter seine, ihr selbstverständlich wohlbekannte, würdevolle Schwäche für sie, der sie mehr schmeichelte, als dass sie sie verletzt hätte, indem sie sich um Aufnahme in die Familie bewarb und den Enkel von ihm zum Manne begehrte. Am selben Platze tat sie es im Zelt, wo Josef den Alten einst ums bunte Kleid beschwatzt und hatte leichteres Spiel als jener, mit ihrem Anliegen. Meister und Herr, so sprach sie Väterchen, lieb und groß, nun höre deine Magd und neige dich bitte ihrer Bitte und ihrem ernstlichst sehnsuchtsvollen Verlangen. Siehe, du hast mich erlesen und groß gemacht vor den Töchtern des Landes, hast mich unterwiesen in der Welt und in Gott, dem einzig Höchsten, hast mir die Augen aufgetan, die blind waren, und mich gebildet, dass ich dein Gebilde bin. Wie ist doch dies mir zuteil geworden, dass ich Gnade fand vor deinen Augen und hast mich getröstet und deine Magd freundlich angesprochen, das vergelte dir der Herr und möge dem Lohn vollkommen sein bei dem Gotte Israels, zu welchem ich gekommen bin an deiner Hand, dass ich unter seinen Flügeln Zuversicht habe. Denn ich hüte mich und bewahre meine Seele wohl, dass ich nicht die Geschichten vergesse, die du mich hast sehen lassen, und dass sie nicht aus meinem Herzen kommen, all mein Leben lang. meinen Kindern und Kindeskindern, wenn mir Gott solche gibt, will ich sie kundtun, dass sie sich nicht verderben und sich nicht irgendein Bild machen, gleich einem Mann oder Weibe oder Vieh auf Erden oder Vogel unter dem Himmel oder Gewürm oder Fisch, noch dass sie ihre Augen aufheben und sehen die Sonne, den Mond und die Sterne, das Ganze her und fallen ab, ihnen zu dienen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Darum, wenn er mir Kinder gibt, so sollen sie mir nicht kommen von einem Mann aus fremdem Gottesvolk, nie und nimmer. Es kann aus deinem Hause, mein Herr, wohl einer sich eine Tochter des Landes nehmen, wie ich es war, und sie zu Gott führen. Ich aber, wie ich nun bin, neu geboren und dein Gebild, kann nicht Ehemagd sein, einem Unbelehrten und einem, der dazu Bildern betet, aus Holz und Stein, von der Hand der Werkmeister und die weder sehen noch hören noch riechen können. Siehe an, Vater Herr, was du getan hast, da du mich bildetest und hast mich fein und heikel gemacht in der Seele, dass ich nicht leben kann wie die Menge der Unwissenden und kann nicht den Erstbesten freien und mein Weibtum nicht hingeben einem Gottestölpel, wie ich sonst wohl schlichten Herzens getan hätte. Das sind die Nachteile der Verfeinerung und sind die Schwierigkeiten, die Veredelung mit sich bringt. Darum rechne es deiner Tochter und mag nicht zum Mutwillen an, wenn sie dich auf die Verantwortung hinweist, die du auf dich genommen, da du sie bildetest und bist ihr schuldig geworden, fast ebenso, wie sie dir, da du nun für ihre Veredelung aufkommen musst. Was du da sagst, meine Tochter, erwiderte er, ist energisch und nicht ohne Hand und Fuß. Es lässt sich mit Beifall hören. Sag mir aber, wo du hinaus willst, denn ich sehe es noch nicht und vertraue mir an, wohin du denkst, denn es ist mir dunkel. Deines Volkes, sagte sie, bin ich im Geiste. Deines Volkes allein kann ich im Fleische sein und mit meiner Weibheit. Du hast mir die Augen aufgetan, lass mich die Deinen öffnen. Ein Reis wächst an eurem Stamm, er, deines vierten Erster, und ist wie ein Palmbaum am Bach und wie ein Schlankrohr im Ried. So rede mit Judah, deinem Löwen, dass er mich ihm zum Weibe gebe. Jakob war höchlichst überrascht. Da willst du hinaus, antwortete er, und dahin denkst du, wahrlich, wahrlich, ich hätte es nicht gedacht. Du hast mir von der Verantwortung gesprochen, die ich mir zugezogen, indem ich dich bildete und machst mich nun stutzen, gerade um ihretwillen. Natürlich kann ich reden mit meinem Löwen und mein Wort geltend machen vor ihm, aber kann ich es verantworten? Willkommen bist du meinem Hause und es tut seine Arme auf, mit Freuden dich zu empfangen. Aber soll ich dich gebildet haben zu Gott, dass du unselig werdest? Ungern rede ich misslich von einem in Israel, aber die Söhne der Tochter Schuas sind ja ein ungenügend Geschlecht und sind Taugenichtse vor dem Herrn, nach denen ich lieber nicht blicke. Wahrlich, ich zögere stark, dir zu willfahren, denn nach meinem Dafürhalten taugen die Knaben zu ihr nicht, jedenfalls nicht mit dir. Mit mir, sagte sie fest, wenn mit keiner sonst, besinne dich doch, mein Vater und Herr. Es war unumgänglich geboten, dass Jehuda Söhne habe. Und nun sind sie, wie sie sind, von gutem Kern jedenfalls, denn in ihnen ist der Kern Israels und können nicht übersprungen sein, noch kann man sie ausfallen lassen, es sei denn, sie fielen selber aus und bestünden die Probe des Lebens nicht. Unumgänglich ist's, dass sie wiederum Söhne haben, zumindest einen, einer zumindest, er, der Erstgeborene, diese Palme am Bach. Ich liebe ihn und will ihn auferbauen mit meiner Liebe zum Helden in Israel. Eine Heldin, versetzte er, bist du selbst, meine Tochter, und so traue ich dir's zu. So versprach er ihr, sein Wort geltend zu machen bei Judah dem Löwen und war sein Herz von mancherlei widerstreitenden Empfindungen erfüllt. Denn er liebte das Weib mit starken Resten und freute sich, sie mit einer Männlichkeit zu beschenken, die von ihm kam. Doch dauerte es ihn und ging ihm gegen die Ehre, dass es sollte keine bessere Männlichkeit sein. Drittens aber, er wusste nicht warum, war ihm leise, grausig zumute bei dieser ganzen Geschichte.